Musik Ich bin heute hier, damit ich es lerne, wie wir unseren AdWords Account auch mit AdFearance skalieren können und wie wir ordentlich hochdrehen. Musik Unsere Technologie hat so gut wie gar keine Regeln in dem Algorithmus. Das heißt, wir setzen die Gebote und erkennen die Performance flexibel, immer auf Basis der Daten, die auf jeden Tag aus Neuem zur Verfügung gestellt werden. Wir sind dabei extrem dynamisch. Musik Musik Was das jetzt letztendlich gebracht hat, nachdem wir AdFearance aufgeschaut haben. Also wir haben gesehen, dass wir dann danach nochmal eine Conversion-Rate-Steigerung von 49% hatten, eine Conversion-Steigerung von 54% und eine Umsatzsteigerung von fantastischen 59%. Musik Ich finde die Veranstaltung super, waren starke Speaker dabei, einiges mitgenommen, auf Augenhöhe ausgetauscht. Also wirklich ein toller Event und ich hoffe, dass es so fortgeführt wird und nächstes Jahr wieder ein Folge-Event gibt. Musik Thematisch aber wirklich hochinteressante Beiträge sind eigentlich genau die Sachen, die wir bei uns bei Shopping auch gerade beschäftigen. Sehr tiefgehend, überraschend tiefgehend würde ich sagen. Total zufrieden. Musik 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 Musik